UNTERTITELUNG Vor 30 Jahren schoss die NASA eine Zeitkapsel ins All, um Kontakt zu außerirdischem Leben aufzunehmen. Ich glaube, eine außerirdische Lebensform schickt uns zum Leben erweckte Videospiele, um uns anzugreifen. Das macht Sinn. Solch einer Bedrohung waren wir noch nie ausgesetzt. Wir brauchen Videospielexperten. Sam Brenner, Pac-Man World Champion. Alles klar? Ludlow Lemonshoff, die höchste jährung der Punktzahl bei Sanipede. Auch bekannt als... Euer schlimmster Halbtraum! Eddie Plant, Donkey Kong König. Ist das Ihr Ernst? Oh, ja! Erkennen Sie das Muster! Ich sehe kein Muster! Der einzige Weg, Pac-Man zu töten, ist mit Geistern. Ihr wollt Geister? Hier sind eure Geister! Und los geht's! Oh mein Gott! Sag keinem, dass ich einen Schlumpf getötet hab. Sie kommen! Pac-Man hat zehn Sekunden, in denen er uns fressen kann. Ich krieg das hin. Wenn nicht, geht die Welt unter. Wir müssen zu ihnen und sie dort bekämpfen. Donkey Kong. Das einzige Spiel, das du nicht drauf hast. Darf ich euch vorstellen? Der Schöpfer von Pac-Man. Professor Ivatani, was tun Sie da? Ich rede mit ihm. Er ist mein Sohn. Hallo, mein süßer kleiner Junge. Du bist aber groß geworden. Das ist so süß, ist so süß. Du bist ein guter Junge. Jemand muss dieses Blütending aufhalten! Karategel gorgen! Jaaa. driedet, das ist ein guter Junge. Caratiner? Scheiße! Es ist ein guter Junge. Ich werde eine Zeitию, Ich werde euch dassten die Nummer honnen dive. Erinner.